Haben Sie sich schon mal gefragt, was es Ihnen bringt, VideoToHer zu nutzen? Wir sagen es Ihnen. VideoToHer steigert das Fachwissen Ihrer Mitarbeiter und das Image Ihres Salons. Wie das? Ganz einfach. VideoToHer bietet Ihnen eine umfangreiche Schulungsvideobibliothek mit allen Themen. Von Styling, Überschnitte, Coloring bis zur Avantgarde. Und das gezeigt von den besten Trainern der Branche. Nutzen Sie und Ihr Team jederzeit und überall diese sensationelle Möglichkeit per Computer, Tablet oder Smartphone auf das Fachwissen der Top-Frisseure zuzugreifen. Zudem erweitern wir alle sechs Wochen um weitere Top-6-Schulungsvideos. Kein Friseursalon kann es sich leisten, internationale Trends, neue Entwicklungen zu verpassen. Seminartage sind extrem kostenaufwendig. Und das in der Freizeit Ihrer Mitarbeiter. Was die Motivation nicht gerade verbessert. Und das auch noch mit dem Ergebnis, dass weniger als 33% des Gesehenen im Gedächtnis bleiben. VideoToHer hat dies alles verändert. Ach, noch was. VideoToHer bietet ein weltweit einzigartiges Mitarbeiter-Motivationsprogramm. Jeder Schulungsteilnehmer wird mit tollen Preisen belohnt. Schulung lohnt sich bei VideoToHer. Sind auch Sie bereit? Dann legen Sie direkt jetzt los.